Schön, dass du da bist. Ich bin Cora, willkommen zu dieser Tonglen-Meditation mit mir. Tonglen ist eine Meditation zur Kultivierung von Mitgefühl. Sie hilft Schmerz und Leid anzunehmen und Mitgefühl zu geben. Dieses Geben und Nehmen wird mit dem Atem verbunden. Gerade heute ist so viel unfassbares Leid in der Welt, dem wir oft so machtlos gegenüberstehen. Diese Meditation fördert aktives Mitgefühl statt passives Mitleiden, den Mut, Schmerz zu begegnen und Verantwortung dafür zu übernehmen. Komm in einen für dich bequemen Sitz. Lege deine Hände ab. Dreh deine Handflächen nach unten, um dich zu erden. Nimm dir einen Moment Zeit, um ganz anzukommen. Lass meine Stimme dein Anker sein und wenn deine Aufmerksamkeit abschweift, komm zu diesem Anker zurück. Lass deinen Atem ganz entspannt fließen, ganz ungezwungen. Richte dich gerade auf und schaffe Raum für deine Wirbelsäule. Lass deine Schultern weich werden. Lockere deinen Kiefer und löse deine Zunge von seinem Gaumen. Und nimm mal alles um dich herum wahr, wie es jetzt gerade ist. Spür wohl deine Beine in den Boden pressen. Und deine Sitzbeinhacker. Und spür deine Hüften. Und spür deinen Bauch. Ist dein Bauch weich oder bist du angespannt? Und spür deine Wirbelsäule und seinen Brustkorb und wie mit jedem Einatmen seine Rücken ein Stück auseinandergezogen werden und sich deine Wirbelsäule ein bisschen weiter aufrichtet. Spür deine Schultern, deine Arme und deine Hände. Spür deine Schultern, deine Arme und deine Hände. Und dann beginne mit deinem Atem tiefer zu werden und füll deine Lunge beim Einatmen vollständig und lass beim Ausatmen alle Luft entweichen. Sitze und atme. Und spür die tiefe Ruhe, die dadurch in dir entsteht. Mit dem Einatmen betrachte das Leiden genauer. Lass es dein Herz berühren. Nimm mal an und akzeptiere, was schwierig ist. Krankheit, Armut, Erschöpfung, egal was. Das, was uns selbst oder anderen begegnet. Lass es einfach sein. Mit dem Ausatmen sende Heilung, Erleichterung und Entspannung aus. Alle Wünsche, die gut sind. Finde hier seinen eigenen Rhythmus. Atme das Leiden ein. Und atme Liebe aus. Atme das Leiden ein und atme Liebe aus. Atme hier direkt in dein Herz. Lass es aufnehmen und annehmen. All den Schmerz, der dich umgibt. Der Schmerz der Welt. Oder vielleicht ein ganz persönlicher Schmerz, der nur dir gehört. Und atme aus, Leber. Lass dein Herz groß werden hier. Lass es einfach ohne Paul. Lass es einfach sonst aus, Leber. Und hinkommen langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück. Und bring deine Handflächen zueinander ins Anjali Mudra und sende noch einmal Liebe von deinem Herzen aus. Und dann bring deine Daumen zu deinem dritten Auge für klare Gedanken. Und deine Daumen zu deinem Mund für wahre Worte. Und deine Daumen zu deinem Herzen für ein reines Herz. Namaste. Schön, dass es dich gibt. Und danke, dass du heute mit mir meditiert hast. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.